Au, 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 au! Okay. Danke. Ja, danke, dass sie mir das jetzt sagt. Also bleibt jetzt theoretisch mein Kopf immer normal. Sollte ich eigentlich richtig sein, als ich wieder zur Luftschleuse komme? Die Luftschleuse war ja hier, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Oh, jetzt ist es offen. Hm. Geiler Fahrstuhl. Okay. Hier ist ja wieder das Teil. Hier ist ja wieder das Teil. Aha. Hm. Was zur Hölle kann ich hier sonst machen? Na, nach oben. Hm. Oh, verdammt. Hm. Hm, 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 hm. Oh, ja. Hm, kann ich's wegschneiden? Hm. Hm. Weglöffeln? Glaub ich zwar nicht, aber... doch. Ja, hm, hm. Ja, hm. Das ist wahr, hm. Komm schon. Der kleine Stamm wäre nicht inlässig von mir. Oder woher. Hm. Hm. Was mache ich hier jetzt? Häkeln wird mir nichts bringen. Luftdruck aufpumpen. Hm. Aber hier gibt es sonst auch nichts anderes. Naja. Ich würde sagen, da komme ich schon noch drauf. Aber bevor wir das machen, können wir ja den Sternweber noch die Karte geben, damit er uns zu einem neuen Planeten bringt. So, wie ging es nochmal? Ich glaube, hier komme ich ja auch zurück. Nein, 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 nein. So, hier und hier. Ja, hier sind wir richtig. So, da, 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 da. So, dann geben wir gleich mal die Sternenkarte her. Huh? Wir müssen hier direkt gehen. Prima Doom. Negative. Das System ist verbunden, wegen der möglichen Aktivität des Hausten. Aber es ist eine Erkrankung. Zumindest, dass wir rechtschauen, auch schon mal die Eure Chinatten sehen. Wie viel zu når ich wünsche? Wie viel zu essen? Wie Puppy Planetoide, Korsi-Cluster oder vielleicht, wo auch in einem Schmerzsystem? Ich gehe zum Welpenplanetoiden. Ich gehe zum Welpenplanetoiden. So, dann gehen wir runter. Nimm die Nadel. Äh, äh. Äh, brr. Äh, keine Ahnung, wie ich jetzt machen soll. Äh, brr. Wenn man das geht, links unten. In der Mitte drei und oben zwei. Oh, brr. Hopp, 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 hopp. Ja, gehen wir mal ins Grenzesystem. Verdammter, kann ich ja nicht machen. Ja, kam schon. So, aber Momentchen mal jetzt. Müssen wir mal kurz einen Stift nehmen. Dann zeichne ich mir die Karte einfach mal schnell auf. Dann muss ich nicht andauernd hier nachsehen. Also, das ist links unten. Das geht dann nach rechts oben. Hier sind dann drei. Und hier ist dann so. Und hier ist so. Alles klar. Alles klar. Äh, nö. Wir gucken, was bei der Sternengruppe kommt. Kann ich das irgendwie gebrauchen? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Also, wenn ich hier jetzt hingehe, dann mache ich hier eins, hier und hier. Dann sollte das eigentlich, glaube ich mal, passen. Ah-ha. Ah-ha. Nein, nein, das ist nicht die Bestenheit, die ich bezeichnet habe. Ich bin sehr entschuldig, Herr Master. Ich werde das richtig verraten. Aber was ist das? Ich habe mich aus dem Teufel gesehen. Humiliation, 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 Humiliation! Wow, du hast das wirklich schwer gemacht. Oh ja. Alles klar. Jetzt muss ich noch mal schnell Marek ausquetschen, wie das mit dem Greifarm nochmals funktionieren soll. Marek. Ich habe den Fusionorb-Inhibitor installiert. Großartig. Jetzt, wenn wir diesen Button drücken, die Schilder werden runtergefallen. Aber bevor wir das tun, müssen wir manualen Kontrollen von diesen Cargo Boom-Arm. Mhm. Die Manual-Boom-Controllen sind außerhalb von meinem Air-Tether. Sie werden müssen, um deine Grenze zu erhöhen. Aha. Also, wir sind jetzt in Prima Doom, oder? Ja. Gute Arbeit. Ich habe die Kreaturen in Distress. Aber bevor wir das tun, müssen wir manualen Kontrollen von diesen Cargo Boom-Arm. Richtig. Wir können nicht in diesem gefährlichen... Ich hätte besser zurück zur Mission. Ja. Au. So, irgendwie müssen wir unseren Schlauch verlängern. Äh, bin ich jetzt richtig? Keine Ahnung. Aber hier kommen wir zumindest zum Teleporter-Raum. Und von da aus weiß ich ja, wo es lang geht. Ja, rein da. So, dann gehen wir hier. Teleporter. Activate. To the Starboard. Here we go! Here we go! It's-a me, Mario! Kommt mir zumindest zuvor. Wobei sich natürlich die Frage stellt, habe ich irgendwas dabei, mit dem ich den Schlauch verlängern kann? Nicht so wirklich. Ja, probieren wir es nochmal. ... ... ... ... ... ... ... Ich ging für diesen schlussigen Flughafen. Ich kann wirklich etwas Spaß hier haben, außer dem Teil, wo ich nicht respirieren kann. Mal sehen, ob das funktioniert. Komm schon. Das ist das Ding. Wee. Ach, nö. Ein Antrieb. Vielleicht mit der Schlagsahne-Kanone. Aha. Soll ich die jetzt schon ausrüsten? Haha. So, jetzt aber. Aua. Ich bin frei. Im Raum. Okay. Jetzt... Wo soll ich jetzt hin? Aua. Nach oben. Und nicht die Spitze berühren. Sondern wo ist jetzt die Luftschleuse, zu der wir müssen... Oh, wir sind zu schnell. Hier sehe ich mal... Gar nichts. Ist das hier irgendwas? Nö. Äh, nö. Okay, na wo ist hier die Steuerung jetzt? Ah, hier. Manuelle Steuerung und der Greifarm. Ja. Ja, mach was damit. Mit. Aha. Dann kommst mir du, glaube ich, jetzt zu Hilfe. Ach, komm schon. Äh... Hä? Wer war denn das jetzt? Kann ich mit dem Messer? Oh, hey. Uh oh. Nein. Nicht das Gesicht. Oder das Neck. Oder das Körper. Ich bin frei. 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 Ich bin frei. Okay, wie auch immer du meinst. Rats. Ich kann es nicht erreichen. So, jetzt aber mit Gary. Jetzt geht es doch. Ich denke, Gary... ...wann das zu holen. Okay, hol den Gary. Es ist Hero-Zeit. Keine Angst. Na, alles klar. So, dann können wir jetzt ja wieder zurückschweben. Und Marek sagen, dass wir alles erledigt haben. Ja, mach's gut. Oh ja, das war's du. Was fliegt denn hier herum? Äh, nicht gegen die Nadel. Nö, 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 nö. So. Hui. Und wieder rein ins Schiff. So, dann wäre jetzt alles erledigt. Und wir können unsere Mission fortsetzen. Dann- Splat. Ich will zurück zum Marek. So, hier kann ich jetzt über den Sternenweber- so und alles ist erledigt aber ich würde sagen bevor wir jetzt gucken was hier abgeht können wir mal wieder bei vela vorbeigucken was diese macht